Musik Warum bist du stehen geblieben, Bruder? Sieh dir an, wie schön ich bin. Meine Nase sitzt perfekt, meine Lippen sind so voll und meine Wangenknochen erst. Wie unfair. Hast du jemals so etwas Schönes gesehen? Mein Bruder spielt mit Mädchensachen, Vater. Jeder ist auf seine eigene Art und Weise schön. Von dir, mein Sohn, möchte ich, dass du daran denkst, dass du mit deiner Schönheit nicht alles in deinem Leben erreichen kannst. Und von dir, meine Tochter, erwarte ich, dass du dein Aussehen durch deinen guten Charakter ausgleichst. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017